Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergfreunde zu Ice with Dale. Ja, in der letzten Folge sind wir in den Keller des Schlosses hier vorgedrungen, oder der Burg, deren Namen ich immer wieder vergesse. Finde ich sie gerade irgendwo? Oder, das ist der Verlies-Schlüssel. Was gibt es? Hochhüters? Ah ja, Maluradecks. Burg Maluradeck. So, mal gucken. Die Tür ist verschlossen. So wie es aussieht. Und hier sind Hebel. Ja, ich weiß, ich habe gerade gespeichert. Wie kann ich helfen? Also, ich habe noch den Safe. Aber ich mache trotzdem hier einen Quick-Safe und dann gucken wir mal, was die Hebel machen. In Ordnung. Okay. Was? Äh, jetzt geht da drin, alle aufwärter Donut? Nein, 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 nein. Klingt zwar lustig, aber... Was? So soll es geschehen. Hier sind hier eine Menge Zellen. Auf beiden Seiten. Die Mitte sieht ein bisschen verdächtig aus. Hm, passiert aber nichts. Okay, wir könnten einfach hier durchgehen. Wir könnten auch die Zellen einzeln öffnen. Oh, hi, Minotauchen. Wie kann ich helfen? Ich mache es so schmerzlos wie möglich. Okay. Sofort. Bereits in Ordnung. Wart es wirklich, alle Minotauchen? Nein. Das wart jetzt alle Minotauchen. Das heißt, wenn ich den hier betätige, öffnet sich auf einer Seite einfach alles und, ja, sie strömen hier raus. Und wollen sie sich gegenseitig wieder töten. Okay. 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 Das heißt, ich muss sie einzeln rauslassen und einzeln töten. Wenn ich die Erfahrungspunkte von ihnen haben will. Wie kann ich helfen? Vorwärts. Weil Gegner die sich gegenseitig töten. Wenn ich da kann, ich gnädig sein. Bringt mir leider nichts. Was ist los? Ich tue es. Dein Befehl. Euer Ende ist nah. Ja. Euer Leben ist vorbei. Wenn ihr euch traut. Kann ich helfen? Also ja, ein Neo-Oro kann wir übersehen. Sag, was du... Auf in den Sieg! Ist etwas nicht in Ordnung? Wie kann ich helfen? Woran hast du mit Vergnügen? So, das heißt, ich habe hier die Trolle rausgelassen. Gut. Hier drin flattert was. Harpchen. Oh nein, Erdkolosse. Dein Befehl. Weiter. Es ist eine Schande, dass wir gewalttätig werden müssen. Okay, alle sind verwirrt, so wie es aussieht. Immer bereit. Ich kann... Sag, was du... Wie kann ich gewiss? Bereit zu neuen Taten. Ich kann gerade echt niemanden kontrollieren. Nicht gut. Ich höre. Ist das alles? Dein Befehl. Jetzt kann ich sie wieder kontrollieren. Kann ich helfen. Das war echt knapp. Vita. Mortis. Aber echt, echt knapp. Ja. Sofort. Was? Wenn es sein muss? Machen wir bei Quicksafe sicher. Ist sicher. Ach. Litwürmer. Sag, was du von mir willst. Werde Zeugen wahrer Macht. Eine Schande, dass wir gewaltt haben. Mich hat schwer erwischt. Worum handelt es sich? Äh... Gegengift, bitte. Brauchst du mich? Oh. Vita. Mortis. Vita. Mortis. Wie kann ich helfen? In Ordnung. Kein Befehl. Ja. So. Letzter. Den vorhofflich tot. Wie lautet deine Aufgabe? Vita. Mortis. Vita. Mortis. Vita. Mortis. Vita. Mortis. Sag, was du von mir willst. Vorwärts. Jetzt müssen wir doch die letzte Tür aufmachen. Da können wir uns gleich davor positionieren. Was ist los? Mit Vergnügen. Ach ja, da war nur Mykonüden drin. So, das war das Ganze hier drin. Weiter. Zum Erdgeschoss, zur zweiten Ebene. Das war alles hier auf der Ebene. Okay. Woran hast du gedacht? In Ordnung. Der Ort sieht dreckig aus. Ist das gerade von der Leine aufgege... Oh, nö. Uah. Dein Befehl? Sofort. Kann ich helfen? Äh. Ja. Dein Befehl soll geschehen. Und das war... Todesstrahl. Wie kann ich helfen? In Ordnung. Kann ich helfen? Und das war die Eine- Das war die Eklation. Kann ich helfen? Quatsch, 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 Fährherren. Ja, es soll geschehen. Brauchst du mich? In Ordnung. Sag, was du von mir willst. Das war jetzt... Auflösung... Mist. Wie kann ich vorwärts? Oh. Dein Wippe? Uff. Sie, sie gibt all diesen Hilf. Oder durch die Zellen hier. Toll, jetzt ist sie versteinert Was ist jetzt auf sie gewirkt? Ah, Bezauberung nur Oh Oh, Tor Tor zu benutzen könnte lustig sein Jetzt müssen wir nur noch warten bis sie Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Lust und Handy Okay, so geht's natürlich auch Kann ich helfen? Ja, Tor Tor ist böse Ich werde mein Bestes geben Das heißt, wir sperren uns mal hier ein Was wir nicht können, weil die Tür von alleine wieder aufgeht Das finde ich nicht so nett Wie kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Dein Befehl in Ordnung In Ordnung Lass uns eine Weile rasten So, danke Danke, dass wir jetzt in Ruhe rasten durften Sag, was du von mir willst Das heißt Du nimmst das vor mal Gibt es ihm? Und dann wieder